Musik Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass Curling so schwer ist. Denkst du ja, die Kesselschieber auf dem Eis, aber schwer, schwer, sehr schwer. Musik Ja, es hat mir Spaß gemacht und ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Musik Tolle Menschen, tolle Kameradschaft und trotzdem packst du immer wieder so ein bisschen den sportlichen Ehrgeiz. Fantastische Atmosphäre. Musik Es ist mega cool mit den Teams auf dem Eis zum stehen und einfach einen coolen Tag zum verbringen und eigentlich eine neue Sportart auszuprobieren. Musik Es macht richtig Spaß auf jeden Fall. Es ist für mich eine extrem neue Erfahrung. Und ich bin einfach froh, dass ich auch mal nach so einer turbulenten Hinrunde, würde ich mal sagen, hier sein darf. Musik 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 Musik